UNTERTITELUNG Er hat ja nur gesagt, es geht nicht ausruhen. Seh mich nicht ausruhen! Soll ich nicht proben können? Vorsicht, ich steck dir nicht an. Ich hab Krebs. Kannst du spielen? Ich bin bereit. Er hat keine 15 Minuten durch. Um sich ausruhen ist alles. Hast du was geschrieben? Wenn's gut ist, nehme ich's. Ich hab aber im Moment nichts. Wo ist Sven? Ich weiß nicht, soll er ihn suchen? Ja! Nicht so doll, nicht so doll. Hast du denn vor mit deinem Leben? Schreibst du ein Meisterwerk nach dem anderen? Nervt mich nicht, schreib eh nicht mehr. Und los! Schneller! Gas geben! 30 Sekunden unter der Zungelassung, dann kannst du es runterschlucken. Da ist ja Alkohol drin. Prost! Du bist so schwanger. David, mir geht's gut. Ich bin topfit. Es tut mir leid. Es geht hier um Sven. Ein Schauspieler, der begehrt wird. Das ist ein lebendiger Schauspieler. Aber wenn du ihm dieses Begehren nicht schenkst, wenn du ihm das nimmst, dann tötest du ihn schneller, als jede Krankheit es könnte. Und sagt nicht, dass es dir leidtut! Ihr sagt alle, dass es euch leidtut! Ihr habt keine Ahnung! Ihr habt keine Ahnung! Ich soll meine Schwester sein, oder? Ja. Mit zwei Minuten, damit du weggekommen hast. Ja, das reicht. Zwei Minuten waren viel aus. Ich muss auf dich aufpassen. Ich muss auf dich aufpassen.